Lächeln. Du musst einfach so tun, als ob die Welt komplett in Ordnung wäre. Im Arbeitstab anreiten, C linke Hand. Dazwischen musst du denken, du Arschloch. E x halbe Tour links 10 Meter, x Tour rechts 10 Meter. Ein bisschen ruhiger das Tempo jetzt. Du hast ja schon fleißig gemacht. Ein bisschen ruhiger, ein bisschen ruhiger das Tempo. X geradeaus. C rechte Hand. B x halbe Tour rechts 10 Meter, x Tour links 10 Meter. Der Vögel angewendet. Wolken verbessert. X geradeaus. C linke Hand. H, F wechseln. A, F wechseln. A, F. Gut gewendet. B x 2. Ein bisschen ruhiger das Tempo. 2. 3. K. Zehschlangen-Tour in drei Böden mit Galoppwechsel und Rampftritten auf der Mittellinie. FM-Mittelgalopp. M-Arbeitsgalopp. C-Arbeitstrapp. K-F-Wechselmitteltrapp. F-Arbeitstrapp. A-Arbeitsgalopp. A-Arbeitsgalopp. K-H-Mittelgalopp. K-Arbeitsgalopp. 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 M-F-Mittelbrapp. K-Arbeitsgalopp. 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 K-Arbeitsgalopp.